Micha? Jo! Kommst du mal? Na du, pass mal auf, ich kann ja jetzt nicht. Ich bin ja hier unter der Dusche oder so, ja, und von daher, mach du mal hier die kurze Information und dann ist es jetzt schon okay. Mach du das mal und dann passt es auch. Okay? Okay, mach ich. Hallo Leute. Na, schönen guten Morgen. Kurze Information, weil der Micha ist ja unter der Dusche und, ja, wäscht sich oder wäscht sich seine Kacke ab. Ihr wisst ja, er stinkt ja ab und zu mal nach Fäkalien. Ja, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, er ist ein richtiger Stinker. Der Micha ist ein Stinker, der stinkt, dass er ja immer duschen. So, ja. Ja, ja. Willi? Ja, Michael? Quatsch, aber keine Scheiße da, ja? Ne, ich doch nicht. Knie, 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 Knie. Weiter im Text, ja. Also, das ist die Information, die ich euch hier von Michael. Sag ihn so. Und jetzt geht's los. Es geht los. So, also, ach sofort, Leute, hat der Michael für euch, YouTube-Freunde, eine eigene Facebook-Seite gegründet. Diese findet ihr in der Kommentarleiste in der Beschreibung, beziehungsweise als Überschrift zu diesem Video. Habt ihr es soweit alles verstanden? Ja, wie ihr wisst, ja, 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 ich kann mal ein bisschen verstehen. Ich kann mich nicht einfach total verstehen. Ja, eine Sprache, eine Sprache kann ich mal verstehen. Ich kann, ich habe... Was mich, ja, 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 ich weiß, ist, ich kann zehn verschiedene Sprachen sprechen. Versucht, äh, innen kann ich euch ja mal so, 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 mal kurz mal da, so, so, zum Hören-Preising, ja? Wett bei gewesen, hallo, Apponenten, äh, grüß euch und so, und macht mal Spaß mit euch. So, okay, noch? Ah, hier. Wett bei auch so einer Art chinesisch, ja, aber mit so einem Dialekt drin, mit so einem bayerischen Dialekt drin, ja? Ja, okay, Leute, ihr wart ja eigentlich von mir. Also, wie ihr sagt, ab und fort, Facebook-Seite, könnt ihr euch mal, äh, auf Gefällt mir klicken, wenn die Seite euch gefällt, und ihr wart von meiner Warte auch schon mal. Micha? Ja, wie ist da? Bist du immer noch nicht fertig mit dem Duschen? Nee, dauert noch eine Stunde. Nun, da trägt mir gedacht, dass es noch eine Stunde dauert, mit den Fäkalien abzuschütteln. Ja, Leute, ja, ja, ob er duscht oder nicht, steht ein tuter E. Also, in diesem Sinne, schaut, wie ihr sagt, auf unsere Seite. Bis dann, ciao!